Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, was alles gepatcht wurde, was aktualisiert wurde. Wir schauen uns die Patchnodes 1.0 an, weil viele haben gar nicht mitbekommen, was überhaupt mit den ganzen Agenten passiert ist, weil viele wurden überarbeitet, Split wurde überarbeitet und wir schauen uns einfach mal an, was alles nochmal angepackt wurde und verbessert wurde. Und was das alles ist, das schauen wir uns mal nach dem Intro an. Sage ist einer der wichtigsten Agenten, die man so picken kann in einer Runde. Sage wird im Prinzip immer benötigt und Sage war in der Vergangenheit schon immer sehr, sehr stark. Die Devs haben sich da rangesetzt und haben ein bisschen an ihr rumgeschraubt und sie ein bisschen genervt. Sie hat die Fähigkeit, andere Leute zu heilen und konnte das früher innerhalb von 35 Sekunden immer tun, entweder andere oder sich selbst. Das wurde ein bisschen erhöht und auf 45 Sekunden gesetzt. Finde ich ehrlich gesagt eine gute Änderung, weil es war so oft irgendwie der Fall, dass ich Leute übelst angehittet habe auf 140. runtergeschossen habe oder in 140 Schaden gemacht habe, sie dann wieder weggegangen sind, weil sie mich getötet haben und dann wieder von der Sage hochgeheilt werden. Und meine Mates haben halt nichts davon gehabt. Und es ist halt ärgerlich, wegen so ein paar Schadenspunkten da halt im Prinzip nichts erreicht zu haben. Und daher finde ich es eine gute Änderung, einfach mal das auszuprobieren und die Heilfähigkeit 10 Sekunden hochzusetzen. Auch ihre Barriere ist ein bisschen schwächer geworden. Von 1000 Schadenspunkten ist sie jetzt auf 800 Schadenspunkte verringert worden. Einfach damit sie ein bisschen schneller kaputt geht, wenn man zum Beispiel auch mal eine Pistol-Round hat, damit man die noch ein bisschen schneller kaputt machen kann. Dann haben sie einfach sich gedacht in der Vergangenheit, die hält zu viel aus. Auch die Länge, wie lang die Barriere hält, war früher bei 40 Sekunden, wurde jetzt auf 30 Sekunden runtergesetzt. Weil sobald eine Mauer da stand und man sie nicht unbedingt kaputt schießen wollte, weil man zum Beispiel irgendwie sneaky-beaky unterwegs war, musste man erstmal eine halbe Ewigkeit warten, bis die weg ist. Jetzt ist es auf 30 Sekunden runtergesetzt und ich finde, das ist eine faire Veränderung. Und man muss mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen verhält mit diesen Änderungen. Ich würde auf jeden Fall immer noch sagen, dass Sage einer der wichtigsten Agenten ist und im Prinzip braucht jedes Team eine Sage, weil es aktuell auch noch keine andere Heilerin gibt, die andere Mates heilen kann. Und von daher wird eine Sage eigentlich immer benötigt. Also von daher, wenn ihr irgendwie dann Ranked in den nächsten Tagen spielen solltet, sobald es freigeschaltet ist, holt euch auf jeden Fall eine Sage ins Team, die wird immer benötigt. Raze ist ja im Prinzip ein endloses Thema. Über Raze wird immer gesprochen, Raze wird, glaube ich, auch immer geflamed. Ich liebe Raze, ich bin tief verbunden mit ihr, also ich liebe den Charakter, ich liebe einfach die Persönlichkeit dahinter, das ist halt genauso mein Ding. Und es gab halt viele Beschwerden über ihr CF4-Package, ich habe das ehrlich gesagt nie verwendet, vielleicht hätte ich es mal tun sollen, weil es wohl relativ stark ist. Und zwar wurde jetzt der Schadensradius vergeringert von 2 auf 1 Meter, weil das Ding halt oft in irgendwelche Ecken geworfen wurde, die beiden, man hat ja zwei Stück von denen und die einfach hintereinander gespammt wurden und so halt jemand schnell getötet werden konnte. Es gab schon die Sorge, dass man eventuell einfach so einen Cooldown reinpackt, dass man einen Moment warten muss, bis man das zweite C4 zünden kann. Aber dann wären diese ganzen vielen coolen Boosts mit Raze gar nicht mehr möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, man kann sich ja mit diesen Sprengstoff-Paketen übergeführt die ganze Map boosten und extrem geile Plays damit machen und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Von daher bin ich froh, dass sie es so geregelt haben und einfach der Schadensradius vergeringert wurde und man immer noch sich so über die Map boosten kann. Jet ist einer der Charaktere, die in letzter Zeit sehr viel abbekommen haben, weil man ihr vorwirft, dass sie nicht wirklich viel fürs Team beiträgt oder ihr Team nicht wirklich unterstützt, irgendwie hilft, weil es im Prinzip nur Fähigkeiten hat, die ihr selbst helfen durch Movement und durch die Smokes. Sie sind auch zu kurz gewesen. Aus diesem Grund wurden diese, hier heißt es Wolkenbucht, also die Smokes, diese kurzen Rauchdinger da, die Jet werfen kann, von 4 auf 7 Sekunden erhöht. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Änderung. Die 4 Sekunden, weil 4 Sekunden waren nichts im Game. 7 Sekunden ist jetzt auch noch nicht sehr lang, aber man wird es auf jeden Fall merken, dass sie ein Stück länger da sind und man sieht, dass sie versuchen, dass Jet auch wieder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Impact im Game hat und vielleicht, ja, das Team besser unterstützen kann. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel nach vorne dasht, kann sie nicht mehr von den Cipher-Stolperdrahtfallen aufgehalten werden, sondern sie schießt da einfach durch und macht die kaputt. Sie wird zwar kurz aufgedeckt, aber sie wird nicht wieder zurückgezogen. Vielleicht kennt ihr das auf Bind oder so, wenn man da aus dem Fenster rausspringt auf dem B-Spot und da in dem Rahmen so ein Stolperdraht ist, sieht immer ganz lustig aus, wird mal wieder hochgezogen. Falls eine Jet da jetzt durchboosten sollte, sollte das nicht passieren oder irgendwo anders. Eine Jet kann überall durchboosten und wird nicht wieder zurückgezogen, sondern zerstört den Stolperdraht. Bei Phoenix wird auch einiges gemacht. Im Prinzip wurde bei Phoenix die Heilung, wenn er sich selbst in seinen Molotov oder seine Wand reinstellt, angepasst, sodass sie beide 50 Heilung geben und somit ausgeglichen sind, damit man sich nicht entscheiden muss, okay, nehme ich lieber das oder das. Beide geben nun gleich viel Heilung und deshalb wurde auch die Tickrate ein bisschen angepasst. Zusätzlich wurde auch die Blendgranate von Phoenix ein bisschen angepasst und zwar wurde die erhöht von 0,8 Sekunden auf 1,1 Sekunden. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch knapp über eine Sekunde lang geblendet sein, wenn man voll reinschaut. Ja gut, freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich gefühlt nur von meinen Teammates geblendet werde. Und hin und wieder auch mal von den Gegnern, ja, aber ich glaube 80% der Fälle von meinen Teammates. Von daher freue ich mich da jetzt schon riesig drauf. Ja, aber auch seine Ulti wurde überarbeitet und zwar sobald er wieder zurück teleportiert wird oder stirbt, sind alle seine Waffen automatisch nachgeladen und er muss nicht nochmal neue nachladen, wenn er gerade irgendwie durch seine Ulti gestorben ist und der Gegner weiß, wo er die Ulti gezündet hat und wartet eben nur noch, bis er zurückgeportet ist und dann steht er da zum Beispiel mit leerer Waffe, ist ein bisschen blöd, ein bisschen unfair. Aus dem Grund hat man gesagt, okay, Felix bekommt nachgeladene Waffen, dann hat er eine Chance, ja, nochmal den Gegner dann zu töten, wenn er zurück teleportiert wird. Und jetzt kommen wir vermutlich zu dem, der am meisten überarbeitet wurde, der am meisten gebufft wurde, wo am meisten gemacht wurde oder irgendwie am krassesten Veränderungen gemacht wurden, und zwar zu Omen. Omen hatte ja diesen Stun, der konnte diesen komischen Stun-Ball da durch Wände und so schicken. Neuerdings rüstet man das aus, weil sobald man früher Q gedrückt hat und diesen Stun-Ball da losgeschickt hat, heißt die Paranoia, wurde direkt losgeschossen und die Gegner wurden gewarnt, sobald sie in der Richtung oder in der Linie drin standen. Jetzt wird der ausgerüstet, das heißt mit Q er rüstet die aus und muss dann nochmal extra abschießen. Die Gegner werden nicht mehr gewarnt davor, jedoch hört man es, wenn er es ausrüstet. Und dadurch soll Omen bessere Möglichkeit haben, Leute zu stunnen, ein bisschen zuverlässiger. Ja, es soll aber möglich gemacht werden, dass das ein bisschen, ja, für ihn einfacher ist, Leute zu stunnen. Und ich denke, das ist eine gute Idee und das hätte man auch schon viel, viel früher machen müssen eigentlich. Dann hat er ja auch noch die Möglichkeit, so was abzusmoken, sag ich mal. Finsterer Schleier, ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt, auf Deutsch heißt Finsterer Schleier. Das wurde komplett überarbeitet, weil man merkte, dass es ein bisschen schwierig ist, in der Vertikalen da die Rauchbomben da genau zu platzieren. Aus dem Grund wurde ein komplett neuer, ja, eine komplett neue Ansicht programmiert. Und zwar betritt er jetzt sozusagen eine Schattenwelt und kann sozusagen durch die Wände sehen und genau bestimmen, wo das Ding hin platziert werden soll. Interessant ist, dass man aber auch umschalten kann mit der Nachladetaste, das zwischen dem alten Modus, den man kennt, und dem neuen Modus. Und was ich irgendwie von Anfang an nicht verstanden habe, ist, warum das nicht von Anfang an so gemacht wurde. Und zwar wurde es jetzt umgestellt, dass man mit Linkstick und Rechtsklick die Entfernung von der Rauchbombe einstellen kann. Das ist klar, jetzt erstmal eine Umgewöhnung für Leute, die sich daran gewöhnt haben. Aber ich finde, das ist halt, wie sie auch schreiben, wesentlich intuitiver und einfacher. Und ja, von daher finde ich das eine absolut sinnvolle Änderung, dass man das mit linker und rechter Maustaste jetzt macht. Und das nicht mehr so umständlich mit E und rechter Maustaste war es, glaube ich, das war eh ein bisschen komisch in meinen Augen. Aber haben sie ja jetzt endlich, Gott sei Dank, geändert. Ja, außerdem wurde sein Teleport angepasst. Das heißt, er sieht jetzt auf der Karte, wo genau er sich hin teleportiert. Falls da gerade irgendwie eine Smoke drinsteht oder so, das kann er dann auf der Karte sehen. Und seine Ulti, also sein großer Teleport, wo er sich über die ganze Map teleportieren kann, wurde auch nochmal angepasst. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Änderung und auch eine sehr, sehr wichtige Änderung, weil wer kennt es nicht, man hat sich mit dem Ohm in einen CT-Spawn oder in einen T-Spawn, also in einen gegnerischen Spawn teleportiert. Und dann wird man schon von fünf Leuten da abgeaimt gefühlt und hat keine Chance, sich irgendwie zu verteidigen. Und dann ist man tot, die Ulti ist weg und das ganze Sammeln und Killen für die Ulti-Points war komplett umsonst. Jetzt haben sie es so geregelt, dass man die Ulti abbrechen kann, zum Beispiel man wird irgendwo hin teleportiert, dann sieht man ja schon und wenn man jemanden sieht, der einen up-aimt, dann bricht man halt die Ulti ab und wird wieder zurück teleportiert. Man verliert zwar trotzdem seine Ult-Punkte, aber man spielt zumindest die Runde weiter und stirbt nicht direkt. Von daher finde ich das eine sehr, sehr wichtige Änderung und auch eine sehr, sehr gute Änderung. Falls ihr es noch nicht wusstet, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr auf der Map zum Beispiel lauft, oben links auf der Minimap ist nochmal so ein weißer Kreis um euch herum, der zeigt euch an, wie weit man euch hören kann, eure Schritte und so weiter und so fort. Das wurde jetzt nochmal ein bisschen angepasst, was man da alles hört, beziehungsweise es wird angezeigt, was man alles hören kann, zum Beispiel nachladen und so weiter und so fort. Das wird jetzt bei euch auch oben in der Map angezeigt, dass ihr sehen könnt, okay, wenn da ein Gegner steht, dann hat er mich gerade gehört und wenn ich weit genug weg bin, dann hat er mich nicht gehört. Finde ich ein extrem gutes Feature und das wissen tatsächlich auch nicht viele, aber wenn man darauf achtet, ist es auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant zu wissen und auch sehr, sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel gerade sich an irgendeinen Spot ansneaken muss. Und ja, wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt, gibt es nun eine neue Map namens Ascent. Und dazu habe ich ja schon mehrere Videos gemacht, ich habe euch auch schon Gameplay dazu hochgeladen, könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls euch interessiert, wie die Map aussieht, beziehungsweise kommt das Gameplay, glaube ich, die Tage, aber ich habe schon euch auf jeden Fall so ein Walkaround hochgeladen und meine Meinung zu der Map euch gezeigt, beziehungsweise geteilt. Schaut euch gerne mal das Video an, falls euch das interessiert. Und abgesehen von Ascent, übrigens, hier was ganz lustig ist, hier steht, dass die Map aktuell öfter in den Spielen drankommen soll. Also in allen Games, die ich bis jetzt gespielt habe, spiele ich hauptsächlich Haven und Split. Gott sei Dank spiele ich nicht mal so viel Bind wie am Anfang, also ich habe früher extrem viel Bind gespielt, warum auch immer. Aber Ascent, ich weiß nicht warum, also bei mir kommt die gefühlt nie die Map. Ich habe die, glaube ich, jetzt zweimal gespielt und ich weiß nicht, wie viele Games ich da jetzt schon gemacht habe. Also irgendwie funktioniert bei mir das Feature jetzt nicht so richtig, aber es ist zumindest eigentlich so gedacht, dass die Map aktuell ein bisschen öfter drankommen soll, damit man ein bisschen lernt, die Map zu spielen und sich ein bisschen darauf einstellen kann. Bei mir hat es nur einfach nicht funktioniert. Ja, und dann, was halt noch eine wichtige Änderung ist und eine sehr, sehr interessante Änderung ist auf Split, und zwar wurde da komplett die Mitte überarbeitet. Und zwar war da ja dieser riesige Turm in der Mitte noch, der wurde jetzt aufgemacht und so eine kleine Kiste hingestellt. Ich habe schon ein, zwei Runden auf Split gespielt und ich muss sagen, es spielt sich sehr, sehr angenehm, ist eine sehr, sehr gute Änderung auch für die Attacker. Man hat da jetzt viel, viel mehr Platz und es war vorher halt so schwer, als Attacker da durchzukommen, wenn man eine Sage da hatte, zum Beispiel, die da zugemacht hatte bei den Gegnern. Oder er hatte noch einen Brimstone zum Beispiel, der dann immer nachgesmoked hat, man kam da im Prinzip kaum durch. Ja, und wenn das halt dann auf den anderen Spots auch noch gut gehalten wurde, hat man es wirklich sehr, sehr schwer gehabt. Und Split-Kontrolle, äh, die Mitte-Kontrolle auf Split ist nun mal sehr, sehr wichtig. Von daher finde ich das so auf jeden Fall ein bisschen ausgeglichener. Ja, dann schreiben sie auch noch mal was dazu, wie es aussieht mit dem Rank-Modus, weil da ist er jetzt beim Release gar nicht dabei gewesen. Ähm, ja, wie es halt schon angekündigt ist, der Rank-Modus braucht noch ein bisschen. Sie schreiben, dass es in den nächsten paar Patches, ähm, ja, hinzugefügt wird, wieder der Rank-Modus. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht drauf warten. Also, ich brauche den Rank-Modus langsam mal wieder, weil die ganze Zeit nur ein bisschen unranked rein. Und dann spielst du mal entweder gegen die übelsten Anfänger oder halt gegen die übelsten ESL-Profis, die ihr ganzes Leben noch nichts anderes gemacht haben. Und dann hast du die ganze Zeit da entweder 13-1-Matches oder 13-0-Matches, wo du auf die Schnauze bekommst. Ähm, von daher, ja, ist das, äh, ein bisschen blöd mit unranked. Aber, ähm, ja, wie gesagt, in den nächsten paar Patches soll es dann wieder hoffentlich den Rank-Modus geben. Ich schätze mal davon, ich, also ich gehe mal davon aus, dass das in den nächsten zwei Wochen, zwei bis drei Wochen der Fall sein wird. Ähm, bis dahin müssen wir uns wohl leider noch ein bisschen gedulden. Weiterhin war ein riesiges Thema die FPS in dem Game. Und, ähm, das bin ich auch selbst von betroffen. Und sobald irgendwie eine Sage, dieses Sage-Eis, eine Sage-Mauer und irgendwie noch ein Brimstone-Smoke oder so und noch ein paar Schüsse oder sowas, äh, alles gleichzeitig passiert ist, kam es bei mir auch zu FPS-Drops. Ähm, und darum haben sie sich gekümmert. Das ist ja, sollte jetzt alles ein bisschen gepatcht sein. Ähm, vor allen Dingen bei leistungsstärkeren PCs war es oft mal so, dass die dann sehr, sehr niedrige FPS bekommen haben im Vergleich zu ihren vorigen FPS, wenn man, sag ich mal, 300 FPS gewohnt ist und plötzlich auf 60 FPS runterdroppt. Dann fühlt sich das sehr, sehr ekelhaft an, ähm, und ist nochmal was anderes, als wenn man die ganze Zeit nur 60 FPS gewohnt ist und konstant 60 FPS spielt. Ähm, deshalb haben sie es extra für auch, ähm, leistungsstarke PCs nochmal angepasst, dass die FPS da möglichst konstant bleiben. Und ich muss sagen, in den Games, die ich jetzt gespielt habe, habe ich, ähm, keine FPS-Probleme gehabt. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass sich das, ähm, dass das ganze System hier funktioniert und, ähm, auch erfolgreich gewesen ist. Ja, und dann, wie ihr seht, gibt es noch jede Menge weitere Fehler, die behoben wurden, alles Kleinigkeiten, die jetzt man nicht einem Einzelnen vorheben muss. Äh, was vielleicht ganz interessant ist, dass es, ähm, Chat und, ja, generell Kommunikationsbands gibt, wenn man sich irgendwie respektlos oder, ja, irgendwie Leute beleidigt, dann kann man, äh, bis zu 72 Stunden gebannt werden. Hier steht es zum Beispiel, ähm, und sobald man jetzt das Spiel startet, muss man ja auch sozusagen so einen Alibi-Vertrag, äh, unterzeichnet, dass man, ja, sich gut verhält, anständig verhält und, ähm, ja, sich nicht wie ein Arschloch aufführt. Äh, ist ganz lustig, hilft natürlich jetzt nicht unbedingt, aber ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Okay, dann hier noch jede Menge weitere Fehlerbehebungen, alles Kleinigkeiten, ähm, aber man sieht, sie haben sich auf jeden Fall an ziemlich viele Fehler herangesetzt. Ähm, und das Wichtigste, was wohl, ähm, ja, behoben wurde, ist, dass die Hit-Registration nun endlich gefixt wurde. Ich hab direkt nach dem 0,5er-Update, hab ich in ein, zwei Games gemacht und ich hab mich direkt aufgeregt, weil ich wusste, irgendwas haben sie verkackt, weil ich war mir so sicher, dass es ein Headshot war. Und ich hab mir Clips angeschaut und dann nochmal Frame-for-Frame ganz langsam angeschaut und ich dachte mir so, das muss eigentlich ein Headshot sein, warum wurde das nicht gezählt. Ähm, hat man direkt gemerkt und jetzt in den neuen Games, muss ich sagen, äh, fühlt sich das auch schon wieder viel, viel besser an. Von daher gehe ich auch mal davon aus, dass das, äh, behoben wurde und die Hit-Registration jetzt wieder, ähm, ja, wie altbekannt funktioniert. Bin ich sehr, sehr froh drum, war auch sehr, sehr wichtig, ähm, weil es hat mich teilweise sehr, sehr aufgeregt. Es ist sehr, sehr frustrierend, wenn du eigentlich weißt, das war ein Headshot und der Gegner wäre gestorben, aber an der Stelle bist du halt gestorben, weil das Spiel es nicht erkannt hat. Ähm, ja, ist halt blöd, aber ist ja jetzt, Gott sei Dank, raus. Dann muss ich jetzt nochmal einen riesen, ähm, ja, riesen Respekt zollen an die Deaths, weil das macht auf jeden Fall nicht jedes Unternehmen. Ähm, und zwar schreiben sie hier, dass sie, dass ihnen Fehler bekannt sind und geben es zu, aber haben auch gleichzeitig geschrieben, dass sie noch nicht dazu kamen, es zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, absolut okay, so, wenn sie noch nicht die Zeit dazu haben, weil, also, wenn man sich ein bisschen mit den Deaths und auf Twitter und so weiter und so fort und auf Reddit mal umschaut, was die alles machen, worum die sich kümmern, wie viele Community-Fragen die beantworten und Anliegen, ähm, kann ich es absolut nachvollziehen. Ich bin denen auch nicht böse, wenn die da nicht alles von heute auf morgen irgendwie fixen können. Sie schreiben hier, was noch nicht, ähm, gefixt wurde, zum Beispiel hier, ähm, wenn man das, äh, nicht den Blut anhat, dann, sondern diese Funken-Effekte kann es dazu kommen, dass es ein bisschen schwierig ist. Manchmal wird vielleicht der Head noch ein Headshot angezeigt, obwohl es kein Headshot war und so weiter und so fort. Ähm, also, es sind aber Kleinigkeiten, nichts, riesig, keine riesengroßen Probleme, worum sie sich jetzt direkt kümmern müssten. Aber sie schreiben hier zumindestens und weisen darauf hin, ja, ihnen sind die Fehler bekannt und sie werden sich in den nächsten Patches, so gut wie es geht, darum kümmern und diese beheben. Und da muss ich halt einfach dann mal einen riesen Respekt an sie zollen. Ähm, das macht auf jeden Fall nicht jedes Unternehmen und ich finde das sehr, sehr cool, dass sie da mit uns so, so offen, äh, umgehen. Ja, und zu guter Letzt, ähm, wie ihr vermutlich aber auch schon alle mitbekommen habt, gibt es halt nun diesen neuen Spielmodus, Spike Ansturm heißt der auf Deutsch, Spike Rush of English, ich mag irgendwie den englischen Namen mehr. Ähm, ist ein netter Spielmodus für zwischendurch, habe ich auch schon ein Video zu hochgeladen, könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls euch das interessiert, ähm, ist ein netter Modus für zwischendurch, jetzt nichts riesig Innovatives oder, oder, was jetzt irgendwie Langzeitmotivation bringen würde, oder was ich jetzt jeden Tag spielen müsste, aber für zwischendurch immer mal ein bisschen rein, dann kann man es auf jeden Fall mal machen. Ähm, von daher ist es ein ganz, ganz, ja, netter Modus für zwischendurch. Ja, das war's soweit dann auch von den ganzen Patch Notes, was jetzt mit dem 1,0er Update mitgekommen ist. Ähm, falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen, ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten und so schnell wie möglich. Ähm, ja, ansonsten, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch, je nachdem, wann ihr das Video seht, und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!